Starten. So funktioniert es. Verstärken. Womit kann man es dann verstärken? Habe ich noch nichts. Also für mich ist das mehr so, als wäre das die Waffe. Weil die Waffe hat ja immer so ein... Also Genshin hat es ja, die haben die Waffen ja immer so ein Dings. Oder das ist... Wie Artefakt. Obwohl, Artefakte gibt es wahrscheinlich noch. Mal gucken, ob es noch sowas gibt. Aber ich darf nicht zu sehr mit Genshin vergleichen. Oh je, Selina. Ich will mal die Karte einsehen. Kann ich die Karte auch hier einsehen? Inventar, Teamformationen, Figuren, Missionen... Ich finde das irgendwie interessant. Ähm... Hier diese Funktion da, ne? Dieses Rad. Das ist eins zu eins das gleiche wie ein Genshin. Da bindet man sich sofort zurecht. Oh je... Dann sag dem Bär, jetzt wohne ich hier. Ach, ich wollte doch auf die Karte gucken. Obwohl, Arte nicht ganz eins zu eins. Mir fällt grad auf, die Karte waren mal unten, ne? Vielleicht kann man auch den, äh... Hier gibt es zehn Kisten. Ob wir die alle finden werden? Hier ist schon mal einer. Was ist das denn? Ich will zu der Kiste da. Ich will zu der Kiste. Ist da noch ein Weg irgendwo? Irgendwie komme ich da hin. Wahrscheinlich jetzt noch nicht. Was mit du denn? Der Gegner hat Kuro im Visier und setzt gleich einen mächtigen an die mächtigen aufgeladenen Angriff ein. Verwende 7. März Fertigkeit, um den anvisierten Verbündeten ein Schild zu gewähren. Ja. Das hatte ich eh vor. Die Macht der Miedlichkeit. Verwende den linken Stick. Verwende den Überprüfungsmodus. Verwende den Status von Figuren im Detail zu sehen. Ah. Wir versuchen, die schilderinnen zu verbreiten. Dramatisch. Verwende den Boden zu verbreiten. Das scheint so eine Art Boss zu sein. Der hat nämlich ordentlich... Der hält was ordentlich aus. Der hat nämlich ordentlich aus. Also, wenn er die Masse geschehen, der ich gewisse? Ich muss das in der Hand laufen. Ich bin der Teufel-Kan-Bere. Ich bin der Teufel-Kan-Bere. Ich bin der Teufel-Kan-Bere. Der Teufel-Kan-Bere ist die Welt. Haben wir auch sowas wie einen Heiler? Ich habe ihn mit den Schrauben. 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 Ich werde es wieder zurückkehren. Ähm, wir sollten abhauen. Oh, was kommt denn da? Oh, was kommt denn da? Mietchen? Mietchen! Orbital-Kanone 大した怪我じゃない傷口に包帯を巻けばいい 感謝する俺は先にアスター所長に状況を報告しに行く じゃあな 初めまして私は姫子 請求列車のナビゲーターよ つまり列車の全行動は姫子の言う通りってこと ここまで来る間 水木ちゃんに迷惑をかけられなかった アンタちゃんと考えてから答えてよね 今まで来る間 水木ちゃんに迷惑をかけられなかった うちらは若いんだよ ハツダツと前に突き進むべきでしょ この人 結構見る目があるよね でしょ Tanko 俺には目視権がある 若者はすぐにうちとけるわね あんたたちもう仲良くなってるじゃない 行くわよ アスターがあんたたちを心配してるわ 眉型 Matt 警視力How Dole 眉型は4000 Ш meaning エンジョンのみ OLED そんなアミク lighting 二 Boraどうぞ うちに見られてる事を誔っかに うちにお持ち前に 私はたちと気を持ち上げてる 要する確実際5スタート え、Miko rapport いマクリカリストフレース Twれ 61 ここまで外国系には Das hier ist dann unser Hub, hä? Was, das sind Forscher? Diese Knöpze? Regionの攻撃は10%以上ある みんな、持ちこたえるのよ アスター社長、戻ったよ ふぅ、みんな無事ならよかった アーランもさっき戻ってきて 収容部分でのことを教えてくれたわ それに彼の傷 あなたたちが助けてくれたおかげね 災害発生時 ステーションの最も貴重な資産は スタッフであることを身をもって実感するわ ふぅ、不足の事態への備えがあまりにも不十分だった セキュリティや戦闘員の育成もおろそかだったわ でも、あなたたち請求列車の乗員は みんな非凡な能力がある 今の宇宙ステーションの状況はどうだ? 今のところ状況はコントロールできているわ セキュリティシステムの被害は警備で 侵入者もほんの一部のコアデータを書き換えただけだから 修復は簡単だった 潜在的なリスクはスタッフたちにあるわ 彼らはミス・ヘルタをとても信頼していて 宇宙ステーションがレギオンに制圧されるなんて考えもしていなかったのよ 肉体的な傷よりも精神的なパニックの方が恐ろしいでしょ 私たちがスタッフと話してみるわ こんな時に宇宙ステーション内で再び予想外のことが起きるなんて 誰も望んでいないもの ヘルタには連絡した? 何回もメールを出したけど音沙汰なしよ 姫子さんも彼女のことをよく知っているでしょ 宇宙ステーションは彼女の追従者と器物の倉庫でしかないわ 全く気にかけていないの 思った通りね 大丈夫 私の方からもヘルタにメールを送るわ 彼女が欲しがっていた器物を持ってきたってね これなら彼女を引きつけることができるでしょ それはとても助かるわ neue Funktion Warp Warpe und Figuren und Lichtkegel zu erhalten Warp Du kannst mit Warps Figuren und Lichtkegel erhalten Führe einmal Warp durch Was ist das da für ein Figuren-Warp? Will aber den anderen Banner Wir haben Asta bekommen Wir bekommen sie wahrscheinlich immer, ne? Auf diese Art und Weise Also Der erste Ziehung ist wahrscheinlich Gewollt, dass wir da Asta ziehen Figuren Aktions Warp Je 10 Warps erhältst du garantie Ein Objekt mit 4 oder mehr Sternen In der Nacht Was ist das denn? Lichtkegel-Aktions-Warp Ah Sag doch Die Lichtkegel sind wie die Waffen hier Wie viel kostet so ein Warp? 160 war ja klar Start Warp Verbleibende Warps 50 Aber ich habe nicht so viel Ich würde gerne Aber habe ich noch nicht Was da alles drin ist 20% Rabatt bei 10 Warps Und innerhalb von 50 Warps Erhältst du garantiert Ein Fünf-Sterne-Figur Sprich Man bekommt auf jeden Fall Eine von denen Und ich hoffe Es ist Himiko Obwohl Win-Win Ja Bronja wäre vielleicht Auch nicht so schlecht Die Teile Die Teile Die Teile Vier Sterne sind es alle zehn Wir haben interessante Namen Man kann auf jeden Fall Siebter Mert und dann hängen nochmal ziehen Noch sind es nicht Viele Figuren die da drin sind Die erste Figur Die werden wir nicht bekommen Generell werde ich die meisten Figuren nicht bekommen Weil Session-Version warten Ach stimmt Zur Probe Also die zur Probe Ist schon Level 8 Das war das Inventar Ich will aber Team-Formation Dann lassen wir dann Himiko So drin Ah dann habe ich zwei Pyros Asta Du musst mal kurz Noch Mal Aber ich kann sie ja schon mal hochstufen Ne kann ich nicht Ich habe nicht sowas Mal 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 Hier gibt es jetzt auch einen Shop Die Preise sind natürlich wie immer Ja Ich preise natürlich die gleichen wie bei Genshin. Sonderpass? An dem Pass haben wir noch gar nicht freigeschaltet. Ich wollte ja noch mal raustellen. Bis zum nächsten Mal.